Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin momentan bei 66.900 US-Dollar. Wir haben kein höheres Hoch mehr geschafft, nachdem wir hier gestern eben nach dem FED-Zinsentscheid unseren Abverkauf bekommen haben. Dümpeln wir hier derzeit ein bisschen rum, wir kriegen keine neuen Impulse, das Volumen ist sehr, sehr gering und der Markt ist sich uneinig, in welche Richtung er gehen möchte. Momentan sieht alles eher danach aus, dass wir hier nochmal deutlich, deutlich tiefer runtergehen. Das werden wir uns alles im heutigen Update-Video nochmal ein bisschen genauer angucken. Außerdem natürlich auf Ethereum, auf die normalen Stockmärkte, Euro und ja, auch auf den Goldchart nochmal ein bisschen genauer gucken. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Auch bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale habt, kommt da gerne rein, den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr weiterhin noch eine Börse sucht zum Traden, kann ich euch nur meine Partnerbörse BingX empfehlen. Dort könnt ihr alles traden, was wir hier besprechen. Außerdem gibt es momentan wieder die Aktion oder es gibt eine neue Aktion. Schreibt eure UID, also eure Nummer von eurem BingX-Account unten in die Kommentare rein und ihr könnt Free Trades ergattern. Ich darf jede Woche eine Handvoll Leute raussuchen, denen dann BingX, sage ich mal, Free Money bereitstellt, damit ihr traden könnt. Also nutzt diese Chance, unten einfach einen Kommentar mit eurer UID reinschreiben und schon seid ihr dabei. So, wie gesagt, gehen wir mal rein, 66.900 US-Dollar, wenig Veränderungen im Gegensatz zu gestern. Wenn wir uns auch mal den 1-Stunden-Chart angucken, sehen wir seit gestern überhaupt keine Bewegung mehr. Wir haben kein tieferes Tief mehr erreicht, das heißt die 66.000 US-Dollar-Marke wurde nicht mehr erreicht. Das ist aber jetzt auch ehrlich gesagt nicht so wichtig, weil die wichtigsten Level liegen eigentlich hier unten bei 63.500 US-Dollar. Und da haben wir ja schon eine längere Zeit darauf spekuliert, sage ich jetzt einfach mal so. Einerseits, weil hier noch die größere Ineffizienz natürlich ist und weil wir hier unten noch das Golden Pocket liegen haben bei 62.500 beziehungsweise 62.000 US-Dollar. Diese Level sind meiner Meinung nach deutlich, deutlich entscheidender und wenn wir uns dann nochmal den Tagesschart auch nochmal ein bisschen genauer angucken, sehen wir, dass in diesem Golden Pocket beziehungsweise eher nach dieser Ineffizienz auch noch eine größere Daily-Demand-Zone liegt. Das heißt, übergeordnet sind wir weiterhin in einer absoluten Seitwärtsphase, welche sich seit Anfang März zieht. Seitdem ist eigentlich im Endeffekt kaum wirkliche Bewegung, außer diese übergeordnete Range. Aber in dieser Range könnte jetzt eben noch einmal ein positiver Retest des Golden Pockets dann früher oder später folgen. Das kann sich jetzt noch über Wochen ziehen, über Monate möglicherweise. Ich rechne erst mit einem richtig fetten Impuls. Vielleicht August, September bis dahin eher seitwärts in eben dieser Range. Aber hier unten diese Chance könnte dann genutzt werden für eine größere Long-Position, um dann möglicherweise sich über die nächsten Wochen dann auf ein bullisches Breakout vorbereiten zu können. Das ist erstmal so die Tagessicht. Ansonsten im 4-Stunden-Timeframe, wie gesagt, hat sich überhaupt nada null getan. Nächste Long-Option wäre, wie gesagt, für mich hier unten die 63.500 US-Dollar, größere Long. Ansonsten kurzfristig könnte man dann nochmal gucken, je nachdem, wie wir uns dann hier unten in diesem Preisbereich verhalten, bei 65.300 US-Dollar, ob wir hier nochmal runtergehen und dann gegebenenfalls hier nochmal eine kleinere Long-Position aufmachen mit einem tieferen Tief, einer Bullish Divergence möglicherweise und dann nochmal versuchen, die Ineffizienz hier oben bei 70.600 US-Dollar zu füllen, bevor wir dann übergeordnet weiterhin nach unten hin runtergehen. Also ihr seht schon, ich bin weiterhin eher in Anführungszeichen bearish in der Range, dass wir auf jeden Fall nochmal tiefer gehen sollten, auch wenn die Wale gestern wieder ordentlich eingekauft haben bei diesem Dip, beziehungsweise die letzten Tage immer weiter eingekauft haben. Das muss man auch mal noch ein bisschen dazu sagen, dass wieder sehr, sehr viel Bitcoin akkumuliert werden. Trotzdem, denen ist es egal, wann sie kaufen, die gehen mit Plus daraus. Bei uns sieht das nochmal ein bisschen anders aus. Gehen wir rüber zu Ethereum. Hier bewegen wir uns weiterhin auf, ja, auf Weg in Richtung 3.240 bis ungefähr knapp 3.180 US-Dollar. Wenig Veränderung, hier haben wir schon ein tieferes Tief mit einer kleinen Bullish Divergence derzeit gebildet. Trotzdem, für mich weiterhin keine Long-Option, ich bleibe dabei. Ich möchte hier unten in diese grüne Box rein, damit wir hier unten dann im Endeffekt unsere größere übergeordnete Long-Position, ja, reingehen können. Altcoins, bleibe ich auch dabei, halte ich mich momentan weiterhin fern. Wenn ich davon ausgehe, dass wir noch deutlich tiefere Kurse sehen, gehe ich auch momentan in Altcoins nicht rein. Natürlich macht es Sinn, während noch überhaupt nicht in irgendwelchen Altcoins drin ist, vielleicht 30 bis 50 Prozent in die Altcoins reinzuschmeißen. Sollte aber nochmal ein riesiger Dip kommen, dann erst, sage ich mal, bei dem restlichen Kapital reinzugehen. Das macht momentan keinen Sinn, meiner Meinung nach hier All-In in irgendwelche Altcoins zu gehen. Wir hatten noch keine Altcoin-Season und wenn wir uns mal ganz kurz die Bitcoin-Dominance angucken, ihr könnt euch daran erinnern, auf Daily-Sicht haben wir ja diesen Trendkanal eingezeichnet. Da sieht es überhaupt nicht nach Altcoin-Season derzeit aus. Das wollte ich nur nochmal gesagt haben. Gehen wir rüber zu Gold. Was hat sich da getan? Auch hier tut sich derzeit gar nichts. Seitwärtsphase. Also der ganze Markt ist momentan wie tot ausgestorben. Vielleicht kommt heute Abend mal ein bisschen Schwung rein, wenn die EM losgeht. Kleiner Witz am Rande. Ansonsten auch hier null Nader-Bewegung. Ich bleibe dabei. 2275, das ist mein Entry-Point, den ich gerne noch erreichen würde. DAX wiederum könnte sich heute eher einiges tun. Wir sind hier schon im Golden Pocket angekommen, also wir haben genau diesen Weg eingeschlagen, den wir gestern drüber gesprochen haben. Jetzt haben wir eine Bullish Divergence hier mittlerweile. Sieht relativ gut aus. Jetzt nochmal so jetzt die Eröffnung abwarten um 9 Uhr, wie wir uns da verhalten. Aber ansonsten wäre das heute auf jeden Fall der erste Trade. Vor allem, wenn wir hier nochmal runtergehen sollten, sogar in Richtung 18.200 Punkte wäre eigentlich perfekt. Hier noch so eine kleine Ineffizienz. Einiges am Volumen, was hier eben noch liegt, was der Markt sich noch holen könnte. Und von hier aus dann eine deutliche Erholung nach oben einleiten. Also auch hier haben wir jetzt ewig lange gewartet. Ihr seht, manchmal ist es nur ein bisschen warten, ein bisschen längerfristiges Warten, bis wir hier unsere Einstiege auch endlich mal bekommen. Hier sieht es gut aus, dass wir heute noch das Go-Signal kriegen für unseren Trade. Ansonsten Euro gegenüber US-Dollar. Auch hier weiterhin auf dem Weg. Leider nicht mehr hier hoch ins Golden Pocket reingekommen. Leider, aber ist egal. Der Short-Trade läuft weiterhin. Zwei Take-Profits genommen. Aber auch hier würde ich momentan nichts an der Position erst einmal ändern. Das heißt, viel, viel warten momentan. Viel, viel, viel Seitenlinie. Gibt wirklich wenig Sachen, wo ich sagen würde, okay, da können wir jetzt reingehen, beziehungsweise tut sich was, bis auf jetzt eben den DAX-Trade. Und wir können höchstens nochmal auf den US-Markt gucken, auch der meiner Meinung nach aber deutlich überhitzt. Aber da sehen wir schon mal, DAX deutlich auf Talfahrt. S&P 500 knabbert wieder am All-Time-High. Also normalerweise zieht der DAX früher oder später nach. Das heißt, es könnte unsere Chance jetzt dann langsam sein. Ansonsten würde ich sagen, warst du es erstmal von meiner Seite. Wir hören uns dann auf jeden Fall hoffentlich morgen wieder, wenn wieder mehr Bewegung ist. Ansonsten wünsche ich euch allen guten Start ins Wochenende. Wir hören uns heute nochmal um 12 Uhr. Neue Podcast-Folge Spotify, Apple, überall, wo ihr streamen könnt. Würde ich mich freuen über eure Unterstützung. Ansonsten würde ich sagen, schönen Start ins Wochenende. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay quick.